Geweißig! Das hält ja auch noch an! Ach du Kacke! Oh ne! Hier, da sind doch die Schiffe, oder? Ja! Oh, da sind wir runtergeknallt! Das waren die Big-Karuzelle! Wer kommt denn da an? Ja! Oh! Da sind wir runtergeknallt! Guck mal! Jetzt geht's wieder runter! Und? Wir können normal! Oh ne, wir können einfach wieder fahren! Wir können einfach wieder fahren! Es gibt so viel zu sehen! Da ist der Flitzer, oder Frank? Der was? Dieser Flitzer, der Hammer, ne? Ich weiß nicht, da bräuchte ich nicht da! Ich hab nicht überwiegendste... Nee! Da sind wir gefahren! Das ist ein Mädchendingz! Oh, sieht das gemütlich aus! Also da! Kann man da nur eins hier drinnen sitzen? Nein! Für Leute, glaube ich! Ja! Ah! Genau, Mama! Von der Kracke, bitte! Kennt das? Ja! Ah! Da ist das! Da ist das! Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Ja, ich bin wachsen und schlafen. Von so einem Ding da, ist auch nicht schlecht. Wann sind wir unten? Ich bück mich denn, wenn dieser Wasserfall passt. Ida, komm ich zweimal! Das sieht sehr, sehr klein aus von hier oben. Dafür tun meine Füße ganz gut weh, wenn ich fertig bin hier. Entschuldigung? Lieber, wenn ich es ja... oder lieber ein Geburtsgeschenk? Lieber halbbar! Oh, da hinten, Jenna! Da, da! Jetzt ist es langsam, aber eben. Es ist nur eine neue Institution. Kann ich vielleicht noch viel mehr bleiben? Ich glaube, das erste Mal hier war, war die einzige Achterbahn da wieder. Aber gleich noch mal! Guck mal! Das ist die Kleine, ne? Genau, das ist die Kleine. Die Große ist irgendwo daneben. Die Große ist hier daneben. Ja. 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 Vielleicht unten ist einfach. Jo, jetzt geht's schnell. Und da ist die Kleine! Und noch mal! Und noch mal! Das war schön, ey! Aber ist nicht voll. Jo, Tim! Ich hab' richtig viel zu erzählen! Nachher? Nachher? Ich hab' mich gut fest! Jetzt bitte das einmal! Ja! 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 Ja!